Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Shine! So, an dieser Stelle hier haben wir uns im letzten Part schon ordentlich bemüht, es irgendwie hinzukriegen. Bin dann auch schon recht weit gekommen und scheitere dann aber doch immer wieder an der zweiten Hürde. Das ist unglaublich. Manchmal sogar schon an der ersten. Oh, das finde ich besonders bitter, wenn er dann noch nicht weit genug durch ist oder in dem Ding drin, sodass als er durchkommt und daran hängen bleibt, das finde ich besonders ärgerlich. Ja, eben schon wieder! Verdammt! Manchmal frage ich mich echt, warum. Gefühlt mache ich jedes Mal dasselbe wie vorher. Komm doch rüber, verdammt! Nein, verdammt! 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 Es sieht manchmal echt so gut aus und dann geht's schief. Ja, und immer wieder sind so kleine Fehlerchen, wo ich dann einfach nicht ganz so perfekt... Ja, das zum Beispiel aber eben auch schon wieder richtig Käse. Ja, man kann's halt auch einfach mal versuchen, ohne das grüne Licht wieder einzuschalten. Es passiert halt immer wieder, dass ich einfach zum falschen Moment springe und dann halt halt einfach... Hala die Fee! Ich hätte gerne öfter mal stellen, wo ich ein bisschen warten... Wo ich ein bisschen verschnaufen kann kurz. Hala die Fee! Das ist mir einfach... Das geht mir zu schnell. Sagen wir's mal so. Verdammt! Nein, verdammt! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Warum? Warum? Immer wieder haue ich gegen dieses Ding! Boah! Das war jetzt der beste Versuch aller Zeiten hier. Nein! 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 Eben hätte es fast geklappt. Ah, Betonung auf fast. Mit Betonung auf fast. An der Stelle, an den Stellen kann ich's eigentlich nie nachvollziehen. Warum? Ich drück doch jedes Mal... Fast genau... So, gleich... Ich drück doch jedes Mal die Taste zum sich nach rechts bewegen. Die Taste zum Springen. Und das rote Licht gleichzeitig. Warum ist er dann, wenn ich... Und das kurz bevor er vor diesem Teil steht. Warum ist er dann manchmal einfach noch nicht durch, wenn ich das grüne Licht bitte anschalte? Das verstehe ich nicht. Das müsste doch funktion... Hm... Eventuell... Ich glaube, ich da eine Theorie. Ich hab eben... Bin ich... Habe ich mich etwas zu früh vielleicht bewegt? Ja, eben auch! Ich klatsche bevor... Noch bevor es... Rote Licht an ist... Klatsche ich an die Barriere. Und komme dann nicht mehr vorbei. Da muss ich höf... Höllig aufpassen. Na... Da muss ich wirklich höllig aufpassen. Nur so richtig klappen tut's halt doch nicht, ne? Holla, die Fee. Nein, verdammt! Da bin ich wieder... Wieder an die... Barriere geklatscht. Ich hab mich so... Nicht mehr... Bewegt. Also in die Richtung... Bewegt. Also in die richtige Richtung. Und schon wieder... Das darf doch nicht wahr sein, Mensch! Komm schon! Das muss doch jetzt mal funktionieren! Komm schon! Jetzt aber! Komm! Jetzt! Jetzt! Nein! 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 Die Plattform wäre doch, glaube ich, da... Wäre, glaube ich, da gewesen. Aber ich bin... Aber das grüne Licht war nicht an. So wie das hätte sein sollen. Manometer! Manometer! Nein! Verdammt! Ach! Sag bloß, da kommt noch mehr. Alter, komm schon! Ich glaube, ich schaffe es bald jetzt durch. Aber... Dann kommt noch mehr, was mich... No. Was mich dann mega... Auffällen wird noch. Ich glaube, da wird mich noch was mega aufregen. Naja, es kann natürlich auch sein, dass ich einfach überhaupt nicht schaffe, da durchzukommen. Leck! Nein, ich schaffe es halt einfach nicht, weil ich jedes Mal doch wieder in den Barrieren bleiben! Damn you! Barriere! Ja, diesmal bin ich nicht vorher an die Barriere gelassen, sondern erst nachher. Ja, erst als sie wieder an war. Meine Fresse, die... Ich könnte ruhig ein bisschen langsamer... ...fahren die... ...Plattform. Das darf doch wohl nicht mal sein, kann das jetzt mal ausbleiben! Ich möchte doch nur vorbei! Ich möchte doch nur vorbei! Ja, gleich kommt's hier! Du kommst nicht vorbei! Aber ich will da vorbei! Ah, verdammt nochmal! Da... Da bin ich einfach dann... Äh... Käse! Ich muss vor allem halt auch... ...erst mal... ...ja... ...schaffen, überhaupt dahin zu kommen, bis dahin! Wenn ich doch nicht dauernd hängen bleiben würde! Äh... Mensch! Das ist, äh... ...eine Sache, die mich jetzt hier gerade mega aufregt! Und das hätte gerade nicht sein müssen! Oh, Mann! Könnte ich es vielleicht jetzt mal schaffen! Nein! Ich schaff's mal wieder nicht über die Dritte raus! Nein! Aber da sieht man mal, wie schlecht ich darin bin! So etwas... ... solche Passage zu... ...meistern! Ich doch immer wieder falsche Tasten drücke! Verdammt nochmal! Warum... Warum... Warum drücke ich da jedes Mal... ...irgendwie richtig... ...mega mies... ...die Tasten so scheiße falsch! Aber jedes Mal! Jedes... ...mal! Kriege ich da die Tasten richtig scheiße mies-falsch? Was? 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 Nein! Nein! Ich bin gleich da! Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Plattform nach oben sich bewegen wird jetzt hier! Ich habe gedacht, was... ...was muss ich jetzt hier machen? Was passiert? Ich... Ich falle einfach von der Plattform runter! Ich hätte es da geschafft gehabt! Ich hätte es geschafft gehabt! Nein! Nein! Es ist so... ...bitter! So mies-bitter! Bitter-mies! Komm schon! Jetzt! Ja! Ich bin gerade mal ein wenig Risiko gegangen! Aber... Ich glaube... ...so ähnliches habe ich es eben auch gemacht, als ich es fast geschafft habe! Das war wieder nichts! Aber es musste jetzt mal klappen! Das muss einfach! Holla, die Fee! Da-da-da-da-da-da-da-da! Hier könnte ich kurz verschnaufen und dann geht es wieder mega weiter! Oh! Oh! So, und jetzt kein Käse machen! Erstmal hier das und dann... ...können wir uns das Ding auch noch holen! Oh! Wunderprächtig! Okay, aber ich würde so sagen, zum... ...zum aufhören ist jetzt hier noch nichts! Da unten ist jetzt nur Wasser, ne? Ähm, ja! Hier hat es jetzt eine rote und eine... ...grüne Plattform, ne? Aber... ...warum? Okay! Dieses Ding... ...da hinten habe ich ja schon, ne? Whatever! Die Plattform ist weg hier! Ah, ja! Gut! Gut, dass ich das gleich gemacht habe! Okay, ich mach das jetzt mal so! Wetten, jetzt sind da Flammen! Wetten, jetzt sind da Flammen! Nein, doch nicht! Okay! Okay! Ich seh schon, was... ...was da auf mich zukommt! Dämlich ansteigen kann man sich ja schon... ...auch mal! So, das da brauche ich erst mal, weil ich hier vorbei muss! Und dann muss ich hier jetzt... ...er springt halt einfach hoch und bleibt auf der Stelle stehen! Das war gerade mega! Ich muss doch... ...bisschen dann auch die Richtungstaste noch drücken! Ja! Es, äh... ...fehlst wieder an der Koordination! Das muss ich jetzt wohl hier... ...auch wieder erst mal bis nüben, ne? So, hier kommt das! So, hier kann ich jetzt eigentlich schon mal ganz schnell machen! So, hier muss ich einfach so... Oha! Natürlich! Man muss schnell und präzise... ...agieren hier! Schnell und präzise! Wie soll ich das... ...bitte schaffen? Schnell und präzise! Oha! Das gibt's doch nicht! Da war ich noch nicht durch! Ernsthaft? Ernsthaft! Ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich da... ...gemacht hab! So, da muss ich erst mal... ...durch! Verdammt! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Ich muss mir die Stelle... ...merken, wo das ist! Wobei... ...mhm... ...eigentlich dürfte es auch... ...immer angezeigt werden durch solche... ...Dinger da! Tim, Tim, Tim! Ja, das kann sich nur noch um Stunden handeln! Aber immerhin... ...den... ...einen Teil hab ich ja mal geschafft jetzt! Warum mach ich das eigentlich? Warum hab ich das jetzt gemacht? Ich versteh's nicht! Und was hab ich überhaupt gemacht? Ich hab's so richtig falsch gerade eigentlich gemacht, ne? Alter, Verwalter! Ich komm halt nicht schnell genug... ...das... ...ich krieg's halt nicht schnell genug hin, ne? Ich muss aufpassen, dass ich nicht von der Plattform runterfalle... ...ich muss aufpassen, dass ich hier... ...nicht zu früh, äh... ...das Licht wechsle! Ich darf's nicht zu spät wechseln! Oder die Fee! Alles... ...also für mich doch sehr knifflig! Mal gucken! Ich werd's jetzt nochmal probieren! Ja! Ich krieg's doch überall angezeigt! Warum mach ich das denn jedes Mal? Warum mach ich's denn jedes Mal falsch? Ich... Ich krieg's doch durch diese... ...Glühwürmchen da... ...angezeigt! ...wo es ist! Darf doch wohl nicht wahr sein! Ist mir nicht sogar von der... ...Plattform runter... ...gesprungen! Also hab die Plattform nicht getroffen! So! Das hätte jetzt fast geklappt! Wäre ich nur auf der Plattform gelandet! Wäre ich halt nur auf der Plattform... ...ich hätte auf der Plattform landen müssen! Oh! Gucke mal da! Wat? Oh! Famos! Famos! Ich weiß jetzt, was mein Fehler war! Ich weiß, was hier mein Fehler war! Ich habe... ...das grüne Licht ausgemacht... ...statt das rote an! Also nur das grüne Licht aus... ...statt das rote! Doch gleichzeitig an! Das darf doch nicht wahr sein! Okay! Letzter Versuch! Danach werde ich erstmal den Part wieder beenden... ...und... ...machen wir hier im nächsten Part weiter! Aber vielleicht klappt es ja jetzt auch! Nein! Den Versuch zähle ich nicht mit! Komm schon! Der Stelle... ...schon draufgehen! Das ist doch... ...peinlich! Mega peinlich! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Komm schon! Bin zu... ...bisschen zu weit nur! Na komm! Einen gönne ich mir noch! Wenn es dann aber nicht klappt... ...mache ich den nächsten Part weiter! Ich darf nicht zu früh! Ah! Ja, doch! Der eine geht noch! Das war gerade doch ein bisschen... ...blöd! Dumm gelaufen! Okay! Ich beende! Dann ist doch hier mal den Part! Und dann geht's eben nächsten an der Stelle weiter! Das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Oder? Oder nicht? Jetzt mach ich doch noch einen, ne? Ich kann's halt einfach nicht lassen, ne? Okay! 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 So! Das habe ich schon mal wieder bis hierhin geschafft! Kommt doch jetzt bestimmt noch was! Oh Gott! Was? Okay! Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt hier mal an der Stelle Schluss! Und im nächsten Part geht's weiter! Vielen Dank fürs Zuschauen!